Guck mal, mein Kopf ist abgeschnitten. Irgendwie, wenn ich mich gerade sitze... Hättest du dich gleich Limbo machen können? Jetzt auf den Rückweg, bitte. Nacho-Rito? Eigentlich heißt der Nacho, oder? Wie nennen die so nicht? Der andere heißt nicht Diggy, oder? Ja, genau, der andere ist Diggy. Diggy und Nacho. Und sieht aus wie Hundefutter. Vogelfutter. Hundefutter. Muss ich wirklich aufessen? Jo Leute und Grüße zu diesem neuen Video wieder mit deinem Startsag. Ich lege immer meine Hand auf deinem Schoß ab. Wie du siehst, habe ich Laura mit dabei und zwar aus einem sehr guten Grund. Laura und ich, wir planen auch zwei, drei Videos zusammen zu drehen dieses Jahr. Auf jeden Fall habe ich gedacht, mal den Kalender mit jemandem zu testen, der nicht vegan lebt, ist vielleicht nochmal ganz spannend. Aber mit meinem Bruder kommen auch ein paar Kalender online, die vegan sind. Sie haben die ganze Zeit friedlich geschlagen. Ist das nicht so einfach. Genau, also meine Katzen springen im Hintergrund. Aber aus meinem letzten Video habe ich entnommen, dass ihr das wollt. Deswegen haben wir sie jetzt nicht umplatziert. Ja, wir haben den veganen Serventskalender. Was hat der gekostet? 49,99 Euro. 50 Euro. Man darf dein Gesicht nicht sehen, oder? 2 Euro pro Türchen ist machbar. Ich bin mal gespannt, was wir da so haben. Wir sind uns nicht sicher, ob wir alles probieren, aber wir werden vieles probieren. Übrigens wird Laura sich jetzt im Hintergrund, also sie kümmert sich ja im Hintergrund schon um einiges, aber sie wird sich jetzt im Hintergrund auch darum kümmern, dass wir die Kalenderwünsche, die du hast, dass wir die kaufen werden oder ich die kaufen werde. Und Laura wird sie dann verkaufen für ein bisschen weniger, dass du einen guten Deal machst und ich nicht auf diesen ganzen Kosten hängen bleibe und eben auch die Kalender, die euch wichtig sind, zeigen kann. Vorausgesetzt, die entsprechen meinen Werten. Da muss man immer nochmal gucken. Aber ansonsten ist das der Plan für dieses Jahr. Das heißt, wir werden euch, sobald es soweit ist, einen Link immer unter das Video packen, wo du dann gucken kannst, ob gerade irgendein Kalender günstiger verkauft wird. Genau. Und nun starten wir. Was war's denn zum Packaging? Sehr süß. Ja, ne? Ich weiß nicht. Ich mag auch, dass das Bordeaux-Rot oder... Okay, das ist bestimmt kein Bordeaux-Rot, aber... Irgendein Rotton. Der Rotton, der hier auch mit drin steckt. Mal gucken. Oh. Oh. Okay. Ah, das ist wirklich niedlich. Der kleine Start. Ja, genau. So? Ja. Jetzt hat bestimmt schon was bewegt. Nicht das, was so anders drin ist. Das wäre schade, aber positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall, dass der komplett aus Pappe ist. Ja. Der hatte ja auch keine Plastik bis jetzt. Genau. Keine Plastikanteile. Wahrscheinlich werden einige Riegel vielleicht in Plastik sein oder so, aber... Wenn wir einen Ingwer-Kurkuma-Shot haben... Ich glaub nicht. Wir machen jetzt Xing-Shang-Shong, um zu gucken, wer ihn dann bekommt. Xing-Shang-Shot. 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 Genau. Okay, wow! Xing-Shang-Shot. Okay. Okay. Der Ingwer-Kurkuma-Shot geht nicht auf mich. Habt ihr gehört, ne? Dann auch für die nächsten Videos. Mhhh... Wenn du möchtest. Also Kurkuma hab ich kein Problem. Irgendwer ist ehrlich. Möchtest du... Soll ich die Ohren gerade zeigen? Unbedingt. Unbedingt. Weil ich der Veganer bin. Ja. Okay, guck mal. Dann darf ich hier oben stehen. Ja. Wir fangen an. Wir tun hier Nummer eins. Ist das was drin? Ist das was drin? Ja. Ich seh nichts. Du kannst ihn runternehmen. So ein Doppelkeks. Ein Doppelkeks. Ein Doppelkeks. Im Vorstick. Ja. Davon gibt's ja auch die großen Rollen. Ähm... Die schmecken halt wie Prinz-Rolle. Ich kenn die. Hell und Duckel. Ich kenn die. Ähm... Du kannst die aber trotzdem öffnen und mal probieren. Ich finde das ist eine gute Alternative. Weil ich kenn ja ganz viele Produkte von Vegans. Und das ist finde ich für Türchen Nummer eins auch ein cooles, cooles Produkt. Probieren wir mal. Ich weiß wie die schmecken. Das ist sehr, sehr lecker. Ding, ding, ding. Ich glaub Laura ist nicht so überzeugt. Ist halt nicht so sehr süß. Das geht total klar. Okay, was sagst du? Türchen Nummer eins? Lecker. Ja, ne? Wie gesagt, die kenn ich. Die gibt's auch im DM und so. Die kann man gut machen. Die gibt's auch noch im Kleinen für so eine Brotdose oder so. Guck mal, ich halt ihn dir und dann kannst du das Türchen. Das machen wir dann nachher andersrum. Ja, das machen wir dann auch mal so. Ach, deine gehen gut raus. Okay. Ich hasse Regeln. Kokos? Ne. Ähm... Proteinschockbar Cookie-Dose-Style. Hab ich tatsächlich schon probiert. Kenne ich. Finde ich nur so semi-geil, wenn ich ehrlich bin. Okay. Da sind 24 Snack-Produkte drin, oder? Wollen wir das öffnen? Eigentlich würde... Also wenn du schon sagst, das ist so semi-geil, dann wär's ja mal gut zu wissen als semi-gegane... Wie du das siehst, ne? Ja. Ich probier gern auch noch mal ein Stück. Wir haben jetzt auch schon eine Weile her. Mhm. Die werden nachher so satt sein. Ich glaub, wir brauchen keine Brot mehr. Okay. Ding, ding, ding. Kannst doch gerne das größere haben. Ne, alles gut. Ich wollte nur gucken, ob da irgendwie Schichten sind. Ach, ich steh auch nicht so auf Riegel. Ich kenn's schlimm, aber... Mhm. Ich auch. Doch. Also es hat irgendwie so ein bisschen die Konsistenz von einem Proteinriegel. Ja, Zeuss. Steht auch Proteinriegel drauf. Ey, ich bin gut. Ja, das ist ein Proteinriegel. Oh, sehr schön. Ich wusste die vorher nicht. Also die Konsistenz hat es schon mal. Aber es gibt schlimmere Proteinriegel. Auch in Schoko und sonstigen. Ich mag Cookie... Ja, okay. Guck. Der Nicht-Veganer find's geil. Oder okay. Aber ich mag auch Cookie-Doh. Also ich mag ja so rohen Keksteig. Finde ich ganz schlimm. Finde ich auch in Ben & Jerry's Cookie-Doh. Wer will das? Ich versteh das nicht. Schreib mal in die Kommentare, ob du Team Cookie-Doh bist oder Team... Auf gar keinen Fall. Gut. Ach so, andersrum. Ja, stimmt. Warte. Hier, bitteschön. Äh, drei. Oh, äh. Ja, das ist jetzt ein anderer. Ja, das ist jetzt... Also der hatte ja hier so eine dunkle und eine helle. Und der zwei helle. Und jetzt haben wir zweimal helle. Mhm. Brauchen wir aber nicht. Theoretisch in die Outbank. Es schmeckt schon ähnlich. Das schmeckt ein bisschen Kakaoiger. Genau. Ja, das bei dem ersten Mal ist wirklich ein Kakaoiger. Aber die Schokoschicht ist jetzt dabei. War er nicht. Jetzt. Vier. Danke. Gerne. Tue ich noch mal vier? Oh Gott. Ich kriege. Okay. Wie krieg ich die Riegel? Oh, ich will aber die Riegel nicht. Oh, den kenn ich auch. Nimmst du die Fraterienriegel dann wenigstens mit? Ja, kann ich machen. Okay. Ich glaube, ich hab da jemanden, der das vielleicht auch probieren und essen würde. Ah, ja. Den kenn ich auch schon. Ich glaube, ich kenn viel aus dem Kalender schon. Vielleicht bist du da was Neues. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das glaube ich auch. Aber ich denke mal, vieles werde ich kennen. Welche Sorte sind das jetzt? Achso, das ist Chocolate Brownie. Chocolate Brownie? Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, den fand ich besser. Also ich bin auch eher Brownie-Typ. Den finde ich besser? Mhm. Ist immer noch ein Proteinriegel. Aber doch. Aber der ist besser. Also man schmeckt, es ist ein Proteinriegel. Mhm. Auch von der Konsistenz. Ist halt ein bisschen fester und nicht so cremig, ne? Ja. Was würdest du sagen? Aber geht klar oder nicht so? Doch, geht klar. Kann man auch. Also, ich trau mich sonst auch immer nicht so ran, Proteinriegel zu kaufen oder sonstiges. Deswegen ist es mal ganz gut, die hier zu probieren. Wir müssen ja. Warum kriege ich eigentlich die ganze Zeit die kleinen Türchen? Gut. Keks? Keks. Gut. Drei Herz Lebkuchen-Kekse. Die kenne ich aus. Vegan der Keks. Aber die habe ich lange nicht mehr gegessen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich sie fand. Ich glaube, ich fand sie gut. Bist du weiter runter? Ja. Franchi? Also ich glaube, ich fand sie lecker. Das war alles sehr. Teilen wir uns ein Herz? Ja. Teilen wir ein Herz mit dir. Ja. Oh. Gib mir gerne das Kleinere. Ich bin die Fettere. Die sind lecker. Die sind sehr, sehr lecker. Finde ich. Doch, wie ein Keks. Wie so ganz normale Schokoplätzchen, ne? Ja. Die sind gut. Ja. Tür Nummer 6 und dann Nikolaus. Oh, so weit sind wir schon? Mhm. Vielleicht ist da jetzt schon mal ein neues Produkt drin oder so? Vielleicht ein Schokoladen-Weihnachts-Nikolaus? Das wäre cool. Tür Nummer 6. Oh, nee, das ist keine, Laura. Oh. Nee, das ist keine, das ist Mammel. Das ist keine. Ich wollte gerade sagen, habe ich noch nicht gegessen. Ja, wundert mich nicht. Nee, 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 Leute. Waffelschnitte-Kokos. Waffelschnitte-Kokos. Du darfst die Waffelschnitte-Kokos. Gerne probieren. Ich nehme die, äh... Du nimmst keine Hälfte, sondern du nimmst alles. Ja, also ich habe... Ach, du magst ja auch eine Kokos, ne? Äh, doch. Also ich habe eine Kokosnuss-Zahnpasta. Die ist geil. Ähm. Die isst du aber auch nicht. Naja, Quatsch, ne? Aber ich würde sonst sagen, dass ich die sonst auch in meiner Instagram-Story zeigen könnte. Ja. Guck mal bei Laura auf Instagram vorbei. Äh, ja, ich packe das dann in einen, äh, wie heißt denn das? Highlight? Ah, jajaja. Weil sonst, das Video kommt bestimmt nicht heute an. Das stimmt. Genau. Aber... Achso, hast du ja schon gezeigt, ne? Mhm. Ich würde die sonst mal probieren. Und dann ein Highlight reinpacken. Oder in meinen Highlight-Küpfchen reinpacken. Ich dachte, du magst auch keinen Kokos. Ich dachte, wir machten beide keinen Kokos. War mal so. Aber irgendwie fand ich dann die Kokosnuss-Zahnpasta ganz geil. Und jetzt bin ich nicht mehr so abgeneigt gegen Kokos. Ah, verstehe. Aber Kokosraspeln. Ekelhaft, ne? Ja. Die sind... Ekelhaft. Ekelhaft. Aber denk mal nicht, dass die Raspeln kratzen. Aber ich werde es probieren. Kokos-Schnitte, Alter. Kein geiles Türchen Nummer 6. Was ist mit euch? Oh. Man hat auch mit was anderem gelechnet. Aber... Weil Kokos ist ja wirklich... Das spaltet ja die Menschen. Da musst du irgendwas reinmachen, was jeder geil findet. Ja. Einen Lolli mit... Einen Schoko-Lolli. Schoko. Auf jeden. Das wäre geil gewesen. So, Türchen Nummer 7. Ich habe auch mal ein großes... Kein Keks für dich heute. Ach, das ist ein Riegel. Es... ist... ein Hanfriegel-Schoko. Bin jetzt nicht so der Hanf-Fan? Ja. Auch mal probieren? Ja. Oh Gott. Der sieht aus wie Vogelfutter. Ich bin froh, dass du nicht erbrochen hast, gesagt hast. Ich bin wieder drin. Ja, ja. Das sieht aus wie Vogelfutter. Ich fand ihn okay, aber er hat einen komischen Nachgeschmack. Aber im ersten Moment fand ich ihn okay. Ja, das ist halt immer was anderes. Aber ich bin halt nicht so der Hanf-Fan. Ja, genau. Das ist auch das, was den komischen Nachgeschmack... Brauchst du gar nicht zu mir legen. Kannst du auch mitnehmen. Wie gesagt, so ganz gut. Aber der Nachgeschmack ist merkwürdig. Komm. Und sieht aus wie Vogelfutter. Wunderbar. Ähm... Acht, ne? Mhm. Türchen Nummer 8. Die Türchen sind aber sehr gut auf. Die sind... Geil. Die sind geil. Sauersticks. Boah. Ähm... Und die sind auf jeden Fall... Mmh... Lecker. Da... Mal noch was Süßes. Ja, das stimmt. Da werden wir einen probieren. Also der ist trotzdem irgendwie süß, aber der ist halt auch irgendwie sauer. Habe ich den hier nicht schon mal mitgebracht oder irgendwo reingepackt oder so? Kann sein. Das ist nur so ein Stick. Ich habe gerade mit einem Würmchen gerechnet, aber... Die sind gut. Fürsig. Mhm. Fürsig und Grapefruit. Die kannst du zu mir stellen. Das nimmt dir auch nur die Laubein hier raus. Kannst du wieder halten? Ich möchte suchen. Ja. Und ich habe es schon gefunden. Wir können den sonst auch verkaufen. Also wer hier irgendwie... Ne? Können wir euch auch in den Ding reinpacken? Wir haben hier noch einen Riegel. Oh, ich kann nicht. Die haben noch so viel Geil... Du, äh... Ne, ich schaff das nicht. Gut, dass ich das nicht mit meinem Bruder geöffnet habe. Der hätte mich wieder gezwungen. Oh, er schafft. Ja. Ja. Ja, ne, ich glaube den zeige ich auch in meiner Story. Ähm, 10, ne? Ja. Für die Nummer 10. Was bewirbst du mich hier? Das ist aber auch mal gut. Die sind natürlich... Für die Nummer 10 hatten drei Kokosprodukte. Leute. Hellblaues Kokos. Ja. Das ist wohl... Ja, das zieht sich durch. Gut. Umso schneller sind wir durch. Aber da sind auf jeden Fall Kokosraspeln dran. Das ist... Naja. Pack das bei denen wir den Adventskalender. Ja. Nicht bei mir. Das wollte ich gerade sagen. Könnte da jemanden? Äh... 11, ne? Ja. Jetzt wieder aus der untersten Seite. Uh! Gummibärchen. 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 Kenn ich die schon? Bärchen. Ich bin wirklich sicher, ob ich die schon kenne. Gummibärchen. Ja, dann machen wir auf. Ja. Das ist ein Sünder. Da hätte man... Ich dachte, da hätte man aufmachen müssen. Ich glaub, das hat... Weißt du, manchmal gibt's das in die vorgestrichelten, wo man aufmachen soll. Das ist mir das denn fein. Grün. Warte, lass mich ziehen. Oh, die sind ganz schön glitschig. Oh, die sind ganz schön glitschig. Gummibärchen. Gumm. Ja, das muss ich noch mal nennen. Gumm, mhm. Ich wollte keinen zwei, aber egal. Oh, also. Mhm. Mhm. Schon ganz vergessen gehabt, was für eine konsistente Gummibärchen wir vegan haben. Nicht alle. Aber die sind halt besonders weich. Mhm. Du darfst sie mitnehmen, wenn du haltest. Ich muss sowieso abnehmen. Deswegen nehme ich hier mal noch so einen sauren Stick. Die gesunden Snacks haben wir ja schon aufgegessen. Laura kam mit geschnittener Paprika an. Lieb ich. Ich habe gesagt, geschnittene Kohlrabi und dann kriegt sie einen Heiratantrag quasi. Nee, aber... Tür 112, damit sind wir bei der Hälfte angekommen. Krass. Almond Chris. Oh, ich will das nicht. Hä? Mandeln geht doch. Ja, aber es ist schon wieder ein Proteinriegel. Ach so. Oh, okay, ja. Ist da weiße Spurage dran? Ja. Ach so. Aber die Sorte haben sie bestimmt auch sonst so im Sorting-Element. Den habe ich aber noch nicht gegessen. Jetzt kommt das Mandeln hier. War nicht, ich will das gar nicht. Das geht auch, klar. Also, ich mag den Crisper drinnen. Das Mandeln erinnert mich irgendwie, also der Rest erinnert mich irgendwie an Marzipan. Oh, nee, Digga. Das ist vielleicht mal an Marzipan vorbeigelaufen. Aber... Sie lügt, lasst euch nichts einnehmen. Ja, aber Mandeln schmeckt man raus. Ja. Aber seht ihr, so in der Chili ist das. Also Team, ich esse, bin nicht so wählerisch und Team, ich, obwohl, eigentlich bin ich auch nicht wählerisch, aber ich würde das jetzt ungern, also ich würde es mir aber auch so nicht kaufen wahrscheinlich. Protein-Riegel habe ich so drei, vier, die wirklich gut sind und dann hört es auf. Und ich habe schon so viele probiert. Aber Laura nimmt mit, deswegen ist es okay. Ich weiß schon gar nicht, bei welcher Zeit wir sind. Ich habe die zwölf gerade gemacht, ja. Gut, dann mache ich die dreizehn. Ich glaube, das mag wir gut. Weiß ich nicht. Also, das war jetzt kein Joke. Herzen, sind es die Herzen? Nein, das sind Cola-Flaschen, glaube ich. Wenn ihr es richtig gesehen habt. Ja. Digga, ich mag keine Cola. Aber ich dachte, weil es wieder sauer ist. Aber ja, wir probieren es. Aber ich mag eigentlich keine Cola. Ja, aber weil es wieder sauer ist. Ja, verstehe. Und Gummibärchen und kein Protein-Riegel. Irgendwie ist der Kalender cool, muss man sagen. Für das, was man bisher da drin kriegt, das ist schon sein Geldwert, glaube ich. Das ist halt eine Unterrischung, was? Das ist halt Kokos, ne? Dreimal hintereinander. Früher habe ich immer hier erstmal den Deckel abgewissen, weil man muss sich ja erstmal öffnen. Ah, mhm. Und dann? Und trinken. Ich mag aber keine Cola einfach. Gut, meine. Ich finde sie toll. Ach, guck mal. Ja, das kann ich auch mal sagen. Vegans. Wenn ihr mir einen Kalender zuschicken wollt, dann schreibt bitte, ich soll die nicht alleine testen, weil dann kommt ihr nicht so gut bei weg. Bin ich dran, ja? Ja. Töne Nummer 14. Das, Leute, könnte der Shit sein. So was muss man in die 6 packen. Das muss man in die 6 packen. Also in meiner Vorstellung ist es richtig geil. Das ist so ein Blissball mit Nougat in der Mitte. Das könnte richtig geil sein. Okay. Möchtest du es abbeißen und dann ich, oder möchtest du dein eigenes Essen? Wir essen jeder einen. Das ist mit meinem abgelissenen Stift. 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 Jetzt habe ich mir irgendwie anders getan. Muss jetzt aufessen. Ich weiß auch nicht, ist ja ganz. Muss jetzt wirklich aufessen? Seht ihr, deswegen drehe ich immer alleine. Oh, Konsistenz macht mich fertig. Ja, habt ihr die Konsistenz von einem Proteinriegel, ne? Ja. Ich habe noch immer mehr im Mund. Du schlägst dich tapfer. Und das war so vielversprechend. Das sieht so vielversprechend aus. Und dann kommt da das raus. Gibt es wirklich jemanden, der das geil findet? Zumal das Verhältnis stimmt überhaupt nicht. Hier ist mehr Nougat drin als Teig. Und da war nur Teig. Ja, also das, was an Nougat drin war, war auch sehr lecker. Aber der Teig war wieder so proteinartig. Kann ich mehr. Man hat es auch gleich geschafft. Natürlich noch mal verletzen. Kekse. Ja. Die sehen geil aus. Ja. Scharf. Also die kenne ich. Die sind lecker. Sind die so wie dunkler und heller Teig zu Weihnachten? Wie heißen die denn? Schwarz-Weiß-Gebäck? Ja, genau. Ja, kann man schon so... Ist halt so Pätzchen-mäßig. Ja. Ich weiß nicht genau, ob so Schwarz-Weiß-Gebäck schmeckt. Die sind auf jeden Fall lecker. Oh, kann ich mehr wirklich. Ich kotze heute. Bitte nicht. 16. Bei den meisten Kalendern wünsche ich mir nicht, dass es bald vorbei ist. Hier schon. Aber gar nicht wegen dem Kalender, sondern weil ich... Oh, ich kann nicht. Ich kann das nicht. Noch so ein Bliss-Ball? Nee. Ja. Doch. Mit Kakao. Der sieht aber monströs aus, aber den haben wir auch schon mal. Das ist aber ein großer. Das sind keine freie Kleine. Boah, Leute, das habe ich nicht. Wir zeigen euch den. Laura, ist das alles in ihrer Story auf Instagram? Also guckt euch das an. Story-Highlight bei Laura. Gönnt euch das. Habe ich dir jetzt eingebrochen. Ja. Wird immer leichter. Aber es ist überall aus Pappe. Ja, das ist geil. Ja. Und die lassen sich sehr leicht öffnen. Ja. Kekse. Kekse. Oh, die sind auch lecker, aber es ist halt... Aber man muss sagen, Kekse sind ja in der Weihnachtszeit absolut gerechtfertigt. Und die sind ja auch... Ja. So Plätzchen, das ist grundsätzlich schon cool. Hm. Aber ich glaube, der schmeckt bestimmt auch wie die anderen Teile. Der schmeckt halt so ein bisschen wie Butterkekse. Ja. Oder wie Leibniz. Können wir gut vorstellen. Sind auf jeden Fall lecker. Gut. Karo-Rang. Ist lecker. Kriegst du. Tui Nummer 18. Ich hätte Bock wieder auf so einen fetten Energy Ball. Die sind immer so lecker. Die sind gut. Die musst du probieren. Die sind wirklich sehr lecker. Eine Waffelschnitterung. Ja. Die so ein bisschen wie Hanuta schmecken. Schon noch ein bisschen anders, muss man klarerweise sagen. Aber die sind wirklich ganz gut. Danke schön. Bitte schön. Irgendwie war die Waffel nicht knusprig. Sonst darf man ja gerade auch. Aber normalerweise ist die knusprig. Weiß ich auch nicht, was da los ist. Aber eigentlich ist die Waffel umdrum knusprig. Es schmeckt nicht wie Hanuta. Aber kommt schon in die Richtung. Ist schon gut, ne? Ja. Also wenn die Waffel sonst auch knuspriger ist, weil die war gerade ein bisschen... Labrig. Ja, weiß ich auch nicht. Oder zu dünn. Ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht so ganz einordnen. Aber eigentlich ist das super knusprig. Die war schon ein bisschen angepappt. Aber eigentlich sind die knuspriger. Tücher Nummer 19. Boah, ne. Bliss Ball Peanut Core. Ne? War ich da mit einer Füllung drin? Ist noch wieder zwei? Boah, ich kann das nicht. Ne, ich bin auch nicht. Aber in diese... Proteinsauce. Bestimmt schmeckt der außenrum, der Teig wieder wie Proteinriegel. Diese Dinger gibt es im... Ich glaube Rossmann. Ja, im Rossmann. In so einer blauen Verpackung. Ich weiß leider nicht genau, wie die heißen. Die sind gut, Leute. Die sind gut. Guck mal, meine Insta-Story vorbei. Die habe ich schon öfter gezeigt. Die sind super lecker. Die haben dann auch so ein Karamell- oder so ein Nougat-Kern. Sind aber viel schmaler. Von der Rossmann-Eigenmarke? Oder in dieser Pappverpackung? Ne. Ne, ne, ne. Okay. In so einer Dingsverpackung. Okay. Ich habe hier... Die sind geil. Kostet eigentlich auch noch zwei Euro oder so. Tücher Nummer 20. Wir sind im 20er-Bereich angekommen. Ich bin schon Abnehmer dafür. Ja, also die brauchen wir auch nicht öffnen. Die sind quasi... Also das und das ergibt quasi das. Also das schmeckt nicht doll anders. Genau. Die brauchen wir nicht probieren. Sind gut. Tücher Nummer 21. Das ist nochmal ein Doppelkeks. Ja, wir waren natürlich in 21. Und das ist ein Cookie. Nackt mit Zitrone. Mit heller Füllung. Müssen wir jetzt auch nicht zwingend aufmachen. Der ist auch lecker. Also außer du willst ihn auch machen. Nö. Es geht ja mehr um deine Meinung, weil ich kenne den. Wie gesagt, zeigt euch Laura. Alle sind eher im Story-Highlight. Tücher Nummer 22. Und damit mein vorletztes Türchen. Ja, kenne ich auch. Das ist so ein Nougatriegel. Mit Nüssen. Ja, der ist auch ganz okay, muss man sagen. Vielleicht ist es ganz spannend, wenn du den einmal probierst. Weil ich finde den ganz okay. Aber jetzt auch nicht übertrieben geil. Aber ich finde ihn okay. Also wenn ich mal Bock hatte, irgendwie auf was Süßes, da ging der klar, fand ich. Mhm. Ja. Hab ein bisschen. Das Feeling auch von einem Toffifee. Findest du? Natürlich auch mit der Nuss da drin. Ja, ja, ja. Aber geschmacklich schon noch anders. Also da ist ja kein Karamellnutzanteil drin. Aber auch von der Cremigkeit her. Achso. Ich weiß gar nicht mehr, wie Toffifee es schmeckt. Ich weiß noch, wie Monte schmeckt, Mann. Monte war geil. Monte ist immer noch geil. So, Laura, das letztes Türchen. Herzen, jetzt sind es die Herzen, ne? So, die Peaches. Ja. Die sehen geil aus. Hallo. Ich mag Pfirsich. Ähm, tatsächlich sind das, glaube ich, die gleichen wie hier. Die haben die gleichen... Und hier ist es ja nur Pfirsich. Okay, also von mir aus können wir es auch mal, du kannst aber auch zulassen, weil die sind schon ähnlich. Die sind bestimmt geil. Kannst du auch mitnehmen. Kannst du aber auch mal probieren. Aber ich kenne die. Ich mache auf, nehme mit und alles. Dann nehmen wir uns auch nochmal einen, aber... Ja. Bitte schön. Die kenne ich. Klingt auch wieder sehr weich. Mhm. Einmal Pfirsich. Doch. Nein, nicht sauer sein. Kann man snacken. So. Dann ist noch die 24. Komm, wir, wirbel. Töne bei 24. Was wäre denn da geil drin? Also bisher waren es doch nur Produkte von Vegans. Also die es auch im DM-Rossmann zu kaufen gibt. Mhm. Oder irre ich mich? Äh, nee. Also bei den Kokosanen weiß ich nicht genau. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber der ist ja jetzt auch kein Special. Vielleicht würde es irgendwas Weihnachtlicheres sein. Ich weiß es nicht. Okay, es ist einfach gar nicht weihnachtlich. Choc Bar Strawberry habe ich auch noch nicht gegessen. Ähm, gucken wir uns gleich mal an. Tja, ist das eine würdige 24? Weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, um sich durchs Sortiment zu testen, ist es eigentlich okay, finde ich. Das würde ich auch sagen. Also wenn man das Sortiment noch nicht so kennt, so wie du. Oder wenn man das Sortiment sehr mag. Mhm. Okay, wow. Schmeckt wie Joghurette. Mhm. Besser als die Schokette. Mhm. Okay, davon bin ich jetzt richtig überrascht. Ich bin richtig überrascht. Die sind echt gut. Das stimmt. Der ist wirklich gut. Und den kannte ich auch nicht. Ich nasche sehr viel. Der ist wirklich gut. Ich finde auch, die haben ja auch wirklich auf Nachhaltigkeit gesetzt. Und deswegen kann ich es auch verstehen, dass man in den Adventskalender seine eigenen Produkte reinpackt. Und jetzt nicht extra dafür was Neues produziert. Also vielleicht, ich kenne jetzt das Sortiment nicht so gut, vielleicht ist der ein oder andere doch neu oder noch nicht so alt. Wirklich. Aber macht die Verpackung sehr. Mhm. Nichts eingerissen. Ja, kann man super jetzt in den Papiercontainer werfen. Ja. Ich finde den auch sehr, sehr hübsch. Hier ist auch immer wieder vegans, vegans. Also es taucht auch immer wieder auf den Kalender. Genau, in dieser Stadt auch. Bei den Keksen muss ich sagen, ja. Ich weiß, aber es gibt so eine kleine Prinzenrollenpackung. Die hätten da auch super reingepasst. Die hätten da reingepasst, genau. Also das Prinzip verstehe ich nicht ganz. Aber ganz grundsätzlich ist es immer ein cooler Snack für den Tag. Ich und für mich persönlich ist das viel zu viel Proteinregelscheiß. Aber so grundsätzlich ist es ja immer ein Snack. Und das finde ich halt, na gut, okay, das nicht. Das ist jetzt nicht zwingend ein Snack. Aber für einen Filmabendabend, also für einen Snackabend. Ich weiß auch nicht mehr genau, bei welchen Türchen die drinnen waren. Aber wir haben genau vier davon. Vielleicht war es ja auch immer der Sonntag. Das habe ich mir auch gerade so gedacht. Ja, also alles in allem, glaube ich, ist das ein solider Kalender. Das sind zwei Euro pro Türchen. Ja. Also ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie teuer die Regeln sonst sind. Ich weiß auch nicht aus dem Kopf. Für die Sachen, die da jetzt drin waren, hätte ich 50 Euro bezahlt. Ich bin mir nicht so sicher. Gerade die Kekse einzeln, da kostet so eine Prinzenrolle, glaube ich, irgendwie zwei Euro. Und hier zahlt hast du halt einen einzelnen Keks. Man muss halt sagen, um jeden Tag überrascht zu werden, wenn du jetzt niemanden hast, der dir den Adventskalender selber befüllt, ist das, glaube ich, eine coole Sache. Weil dann hast du jeden Tag einen coolen Snack, den du magst und so. Aber ist der 50 Euro wert, bin ich mir auch nicht sicher. Also hier für drei Kekse, das ist halt eine Portion und damit absolut ausreichend, aber rechtfertigt das 50 Euro, weiß ich halt nicht genau. Ja, aber ansonsten finde ich ihn solide. Ja, also war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, hm, okay, das ist so ein Vegan, schmeckt mir das jetzt nicht so gut oder das ist jetzt so gar nicht meins. Also mal gucken, was noch bei den Kokosanen rauskommt. Ja, genau. Checkt da auf jeden Fall Lauras Instagram ab. Gerne auch meins natürlich. Haben wir alles in der Infobox verlinkt. Und damit darf Laura einen Kommentar raussuchen, über den wir uns sehr gefreut haben. Und hier ist jetzt das Kommentar, was ich euch rausgesucht habe, aus einem der vergangenen Videos. Super, dass ihr immer so fleißig kommentiert und dass ihr auch so liebe Kommentare auch da lasst. Genau. Auch für Vivi. Vielen Dank. Und natürlich auch für Laura. Hashtag Danke Laura. Ja, das erste Video. Hashtag Danke Laura. Worum ging es da eigentlich nochmal? Weiß nicht mehr. Ging es in die Box, in die Harry Potter Box? Warum Hashtag Danke Laura? Ja, muss ja möglich sein. Genau, das ist wie Hashtag Schnorrelhase. Steht auch immer noch, wenn ich Videos mit Ramon mache. Achso. Hashtag Schnorrelhase. Ja, mal gucken. Vielleicht weiß ja der ein oder andere noch, wie der Hashtag entstanden ist. Alles klärchen. Guti. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns bei euch. Laura darf jetzt noch einen Weihnachtsbrauch droppen. Grocke. Also das ist anscheinend was aus Deutschland. Vor der Bescherung müssen sich die Kinder auf die Suche nach dem Gemüse machen. Das Kind, das die Gurke entdeckt, hat im kommenden Jahr besonders viel Glück, bekommt ein extra Geschenk und darf seine übrigen Päckchen als erstes öffnen. Das ist anscheinend eine deutsche Tradition. Weihnachtsgurke am Christbaum. Und wer sucht bei euch die Weihnachtsgurke? Ich hänge mir jetzt auch eine Gurke in den Tannenbaum. Wer von euch kennt diese Tradition und wer macht das so? Kenn ich nicht, aber ist mal was Neues. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch eine Gurke am Tannenbaum hängen. Ja, vielleicht du dieses Jahr auch. Na, was ich, kriege ich eins mal? Vielleicht. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.